Begegnung auf der Straße Hallo! Entschuldigung, kennen wir uns nicht? Oh, entschuldige, ich bin mir nicht sicher. Wie heißt du? Ich bin Lisa, wir haben uns letzte Woche auf der Party von Sarah getroffen. Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Entschuldige meine Vergesslichkeit. Wie geht es dir? Kein Problem. Mir geht's gut, danke. Und dir? Mir geht's auch gut. Was hast du in letzter Zeit gemacht? Nicht viel, nur gearbeitet und ein wenig entspannt. Und du? Ich war auf einer Geschäftsreise, aber jetzt bin ich zurück. Wie war die Party nach meinem Weggang? Die Party war noch eine Weile lustig, aber dann sind die meisten Leute gegangen. Sarah hat sich wirklich gefreut, dass du da warst. Das freut mich zu hören. Ich hoffe, ich kann das nächste Mal länger bleiben. Möchtest du vielleicht einen Kaffee trinken gehen und weiter plaudern? Das klingt gut. Lass uns ins Café an der Ecke gehen. Im Supermarkt. Hallo. Wie geht es dir? Hallo. Mir geht's gut, danke. Was führt dich hierher? Ich bin nur auf der Suche nach ein paar Lebensmitteln. Ich habe vor, heute Abend zu kochen. Oh, das klingt gut. Was steht auf dem Speiseplan? Ich denke an Pasta mit einer selbstgemachten Tomatensauce. Hast du irgendwelche Empfehlungen? Pasta klingt lecker. Für die Soße würde ich frische Tomaten nehmen und vielleicht ein wenig Knoblauch hinzufügen. Das klingt nach einer guten Idee. Danke für den Tipp. Übrigens, wie war dein Wochenende? Mein Wochenende war entspannt. Ich habe viel Zeit mit meiner Familie verbracht. Wir waren im Park und haben zusammen gekocht. Das hört sich nach einer schönen Zeit an. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit für meine Familie. Arbeit hält mich oft auf Trab. Ja, das kenne ich. Es ist wichtig, eine Balance zu finden. Arbeit ist wichtig, aber auch die Zeit mit der Familie. Absolut. Ich versuche, mehr Ausgleich zu finden. Vielleicht sollte ich öfter solche entspannten Wochenenden planen. Das könnte eine gute Idee sein. Es hilft wirklich, sich zu erholen und frische Energie zu tanken. Beim Arzt. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Ich habe in letzter Zeit immer wieder Kopfschmerzen und es macht mir Sorgen. Verstehe. Lassen Sie uns das genauer anschauen. Seit wann treten die Kopfschmerzen auf? Das begann vor etwa zwei Wochen. Anfangs dachte ich, es wäre nur Stress, aber es wird nicht besser. Haben Sie andere Symptome bemerkt, wie Übelkeit oder Sehstörungen? Nein, zum Glück nicht. Es sind hauptsächlich Kopfschmerzen, vor allem im Bereich der Stirn. Gut zu wissen. Haben Sie in letzter Zeit irgendwelche Veränderungen in Ihrem Lebensstil vorgenommen? Nicht wirklich. Mein Arbeitspensum ist gleich geblieben und meine Ernährung hat sich nicht verändert. In Ordnung. Ich werde einige Tests durchführen, um sicherzustellen, dass nichts Ernstes vorliegt. In der Zwischenzeit empfehle ich, ausreichend Wasser zu trinken und sich auszuruhen. Vielen Dank, Doktor. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Wir werden sicherstellen, dass wir die Ursache finden. Wenn die Tests abgeschlossen sind, besprechen wir die nächsten Schritte. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!